Sie scheinen mich ja gut zu kennen. Ich habe Ihre gelesen. Insbesondere die Kritik der Hegel'schen Rechtswidrung. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnimmend gewesen wäre. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Ein Genie. Sie haben eine Kenntnis der Arbeiterwelt, wie ich sie noch nirgends gesehen habe. Manchester, die Elendsbausen, die Manufaktur. Sie kennen sowohl die ärmsten der Armen, als ob die einflussreichsten Kreise der Grosjeanzie wie ihre Westen tauschen. Pardonnare ma franchise? Je n'ai qu'un mot. C'est colossal. 6 10 11 12 13 14